Ich komm gar nicht drauf an. Leute, Alter! Nummer 6 hat eine heptige Sprungkraft. Hm? Die hat eine heptige Sprungkraft. Ich werde jetzt nicht damit angucken. Lass uns um... Wir machen was mit, um das in der 6. Wir machen was mit, um das in der 6. Wir machen was mit, um das in der 6. Jetzt hab ich nicht hingeguckt. Da siehst du auch. Ja, das muss ja nicht heißen. Oh, Holger! Oh! Oh! Ja, vielen Dank! Huuuuh! Danke, Mann! Lennart! Könntest du mal die 4. machen? Ich freu noch mal raus! Danke dir! Schön, Räuchel, geduldig spielen! Boah, den macht er jetzt mal, ne? Schön! Vierer! Die Mannschaften ist frei auf. Hahahaha! Oh, verdammt du das! Oh, verdammt das! Was war das denn? Komm, 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 komm! Spannende, Spannende! Das ist auch ein bisschen da. Stichau! Spannende, Spannende! Der war doch mit der Nummer schütten. Bisschen! Und noch nicht frei! Bisschen! Noch richtig weg, damit! Das ist aber los! Bisschen! Bisschen! Ja? Alter, wir haben es der Kingsborough! Aber Victor hat ein Mismatch, Alter! Bisschen! AAHZE AAHZE ZO AAHZE Das ist voll schlecht, irgendwie. Das ist halt die B-Jugend. Das ist ein Video. Außer zwei Stimmen. Das ist ein Video. 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 Ich muss den Ball holen, was ist das? Kein Rebound. Hey, was zu tun jetzt? Was? Das nächste Mal geben wir auf Aufstellung. Das würde ich jetzt noch nicht machen. Ei, wir sind vorbei! Ach, man. Das Mouse ist nicht so cray, nein? Der ist auch da oben. Das ist schon, ne? Sehr schön, David. Mach zu, David. Das ist schon wieder nicht freundenehm. Schön gemacht, schön geblatt wurde, schön gefasst. Schön gemacht und dann so, kann man sagen, aber das ist nicht so gut gewesen. Schön krass, schön krass. Ich baue euch doch mal davor auf. Schau an die Seite. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. So, Blöcke, komm, Blöcke, Blöcke. Ja, super. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Trag, 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 Trag! 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 Trag, 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 Trag! 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 Trag, 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 Trag! Trag, 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 Trag! Trag, Trag, Trag! Trag, 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 Trag! Trag, 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 Trag! Trag, 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 Trag! Trag, 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 Trag! Vielen Dank. Schön, David! Wechsel. David, komm. War gut gemacht. Schön, David. Vielen Dank. Schön, Sven! Schön! Ja, so nix! Was war das denn? Wunderbar! Man, was ist denn so? Ich muss ein bisschen ausholen, Bruder. Ach, wie Petrovic in Graus und Pofferraube holt seine Ptole. Gegen Gute. Und blockt mal ein bisschen aus, bitte. Nicht nur auf Bitstream. Kommt in den Nürnberg! Was war das denn? Drei! Ja! Das ist ja gut. Ich werde wieder unbedrängt. Ich sage, ich geht los. Oh, oh, oh! Das ist ein Meter hart. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Das kannst du auch auf uns pfeifen, Mädchen. Aber ja. Jeder zweite Angriff war eben. Achte mal drauf. Jeder zweite Angriff. Geht mit der Schulter voran. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen klar. Vorhin. Ja, 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 ja. Vorhin. Ja. Meine Fans. Ja, 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 ja. Fend an der Mann erhöhsten. Er ist W Martins. Was? Ja, ja. Ich heil. Der war da drinnen! Hallo! Der war nur wirklich im Wurf drin. Kinder, watch it! Wie muss ich den Schiff nur sagen, was war er? Der war doch auch krill, doch nicht! Second, second, second! Und drehen sich den Schiff. Na, geht das drauf! Zehn, weg, acht, grüßchen! Ruhig, ihr habt Zeit! Ihr habt doch Zeit! Drei ... Ja! Ja! Oh ja! Ja! Schöner Reboot! Oh! Schön! Ball! Oh! Aus! Auf geht's! Ich glaube, ich habe nur ein paar Züter dabei. Schöner Reboot! Das war bei dir so nett aufmachen! Genau! Entschuldigung! Oh! Geht's gleich? Jawohl! Und die schweren Dinger will ich sehen. Die einfachen kannst du nicht. Du bist gar nichts zu überlegen. Wenn, wenn, wenn! Wir spielen hier gegen sechs Leute. Ja, gegen den einen Dinger und den anderen. Bleib mal Mut, ich geh da mal ran jetzt! Verdammt! 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 Aus! Aus! Oh! Ich bin enttäuschen. Entschuldigung. Aus! 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 So! Ach! Mach's! Mach's! Deh, die Hände! Hast du mir doch gerade gesagt? Ach ja, ich habe Hände und Dings auf! Ja, mich! Mensch! Mensch! Als ich gesagt habe, er soll die schweren Dinger machen, meinte ich nicht die schweren Fausten, normalerweise nicht in Richtung. Paul, dann Rebound! Er geht in den Mann rein, das ist unglaublich! Binder, Binder, mach doch mal einen Rebound! Den Mann, dass er von hinten auf die Arme hauen, damit er den Ball verliert, dann kann ich das selber schreien. Das muss doch irgendwann mal sehen. Binder, Binder! Paul, Paul... Fauch doch mal die Fahrt auf den Seite hoch! Donnerwetter noch mal! Die können doch nicht reinhacken, die wollen doch! Schön! Das ist, ich kann doch immer schneller abgehen! Kann ja! Ja, schön! Okay! Donner! Am nächsten Mal Victor! Am nächsten Mal! Schmal hoch! Ah, schade Jones! Ja! Sauber! Über! 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 Schön, Rudi! Wechsel! Wechsel! Ich wollte sagen, er muss noch drimmeln, um den Spruch aufzusetzen. Rudi und Marco! Ich kann ihn noch einen Sternschritt so auflösen. Zack! Und er darf sich nur nicht aufsetzen. Ja gut, aber wenn er den gerade nicht gedrimmelt hätte! Er hat nicht beim Annehmenschritt vieler gemacht! Ich meine, wenn er den gerade nicht gedrimmelt hätte! aufhören! Und er hat sich dadurch von vorne behalten! Aufhören! Wir fangen doch nicht mit dem Puzzigraben an! Wir fangen doch nicht mit dem Puzzigraben an! Ich wollte noch einen geben, ne? Aufhören! Ruhe, Rudi! Ehhh, Garget! Egal! 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 day, Harget! Ruhe! Ja, es waren die Augen. Schön! Nice game, boy! Der hat in der dicken Kiste geschoben. Ja, schön eingetükelt. Ja, sauber! Ja! Rumdrehen, David. Alle mitspielen. Drauf, 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 drauf! Ja, machen die Lange auf beiden Seiten weiter. Der hatte nämlich auch keinen Plan, dass er so ein bisschen grobe war. Komm, David, komm, 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 komm! Weg! Soll ich jetzt machen oder fahr' ich jetzt machen? Ja, ja, ja. Nicht erst recht. Nein, David! Was kommt hier schon? Lass mal das, bitte! Nicht so früh die Dreier schießen, und nicht alle da. Da hängt die Dreier stabil und fällt nicht nur auf die 10-Ballelina an. Das ist doch ein Foul! Gezillten hast du nicht! Mein Gott! Jetzt kannst du noch mehr foulen! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Foul! Schöne zwei! Ah, schade! Ah, schade! Schöne zwei! Schöne zwei! Ah, schade! Pfeif doch bitte mal die ... Reisen! Was fürchterlich ist das? Die checken da rein, wie Teufel! Schade! Ach, schade! Ach, schade! Ah! Alles in Ordnung! Ich hab bei ihm so die Waffe gespielt. Du musst euch auch weifen, bitte! Jetzt eben quasi echt nur ... Beim Händen abeln! Hm! Ja, ja, ja. Fäuchte weifen! Der braucht lange zum Runde schalten. Weil du musst total schnell sein, was du warst. Ach, ach, ach! Ach, ach! A Post, Go-Kain! Ach, ach... Ach ... Ach, ach ... Ach, ach! Chi-A Watch ... U lug, R bonuses. Nicht so früh, geh zum Brett! Und, und! Nimm wieder Aufstelle! Feier! Die Drei springt up! Das war's für heute. Ich bin nicht ersetzt. Ich bin nur mit Verletzung. Ich mache die aber gut. Weiter! Zwei! 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 Kinder, ihr müsst mehr spielen. Zwei! 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 Und ... Jawoll! Kinder hat das gut gemacht! Dann habt ihr das gut gemacht. Sie ist hoff! Drei! Drei! Ich krieg das rein, ne? Los, mach ich dritten auch noch rein! Oh, sauber! Oh! Ohne Dank, habt ihr Glück gehabt! Linke halten, musst du nehmen, Linke halten! So! Da war zu einfach! Feuer! Ja! 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 Verteidigung! Verteidigung! Ja! Ja! Mann, das schöne Defense, wenn der Kleine locker durchschneiden kann! Mann, ne? Ja! Man kann ihn einfach nur daneben gehen! Festert! Jeder festert! Rösschen! Rösschen! Will ich ja auf Dissau drauf! Rösschen! 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 Ich bin so stark, Herr, noch nicht. Lässt es nicht? Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht. Wir haben ein 13 oder nicht. Ich bin nicht. Das läuft. 1, 2, 1, 2. Ich hab ihn leider mal gefahren. Und den Ball ist so hoch und hier ein Röschchen. Was ist denn? Das ist passiert. Das hat man nicht. Das ist ein Team. Das ist ein Team. Das ist ein Team für euch. Das ist ein Team. Das ist ein Team. Ja, und ab geht's! Go, go, go! Ja, ja! Weiner! Dritte Mauer nehmen! Wieso sind wir trotzdem da? Da sind wir hier! Schön! Das ist ein Foto, was ich spiele! Das ist keine Zonung! Das ist keine Zonung! Schön verteidigt, Jonas! Schön verteidigt, Jonas! Schön verteidigt! Erst nach vorne! Überoll! Weiter, los! Nächste Chance! Ja! Nicht so offensiv! Komm, die Fans, hau! Hey! Lass mich mal! Ich muss noch mal Zeit hier! Ausfahren, den Hintern! Hä? Wenn man so sitzen muss, ist klar, dass man dann kaum Platz hat! Schönen zugemacht! Die beiden! Schönen zugemacht, die beiden! Schönen zugemacht! Und jetzt Attacue! Schönen zugemacht! Schönen zugemacht! Schönen zugemacht! Schönen zugemacht! Okei! Schönen zugemacht! Der Schläge! Ein Brot! Schönen zugemacht! Hast du das Ding jetzt geguckt, der war nicht so lang, der Braun-Priest? Ja. Es war doch eine so, die konnte ihr Gewicht verändern, ne? Ja. Und dann hat sie so auf 1 Kilo Gewicht reduziert. Aua. Und dann so, 10 Kilo, 100 Kilo, 10 Kilo, 10 Tonnen, 100 Tonnen, 100.000 Tonnen. Dann sieht sie so runter. Juts. Und Riesenlochen. Ja, schade, Jonas. Weiter, weiter, weiter. Ja. Das war nicht aus. Schön. Ja. Alter Schwede. Weißt du, aber wenn der Sechser so in der Wand batzt. Hallo, Baby. So, ja gut. Nicht aus, nicht aus. Alter, die hat überhaupt nichts gesehen. Ja. Ja, ja, die spielen auch mal die. Das ist richtig. Wie im Fußball, ne? Wie im Fußball, ne? Wie im Fußball, ne? Wie im Fußball. Wie im Fußball, ne? Ja. Wie im Fußball. Wie im Fußball. Wie im Fußball. Ciao, wahrscheinlich. Ja, das wird ganz gut gespielt. Und wie im Fußball. Und wie im Fußball. Wie im Fußball. Ja, ich bin ja auch ein Boah. Und wo, wo? Fertig gemacht, ne? Was meinst du denn, was ich gemacht habe? Ja eben, der Kruppleger. Boah, der Blüten, der Blüten! So viel macht der Rasse zusammen für heute. Schöner Block! Da ist es! Zweimal! Schöner Block! Weg! Langweilig! Lässt dann fliegen! Da liefen! Ja, 12, ne? Genau. Pass auf, David! Frustfaule. Ja, Schritte ist auch vor. Ah, Schritte! Faule. Wenn mit dem Eck auf Schritte fahren ist, aber ich habe das auf Schritte gezeigt. So! 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 Andersrum stellen! So! Wie es sich so hingestellt hat. How did you sing? Alter, das ist der Fender in meine Krise. Wenn es mit seinem Rücken in meinen Rücken geht. Wenn das Miese gibt es gar nicht. Zurück, Mann! Los! Rechts! Held, rechts! Halt, links! Rechts, rechts! Man muss das nicht. Wollt jemand an den Tag? Ja! Ja! Die Zweifel reinhauen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Da ist es genau. Oh, ja. So, 6-3 ankommen. Oh, ja. Oh, ja. Der Typ, oder? Beides. Aus, hoffeln! Noch so ein flaches Ding von Flachen. Nee. Das ist ein hohes Ding von Flachen. Ne, die sind alle da. Rechts, rechts, rechts! Tons, rechts! Also... Aus, rechts! Tons, rechts! Tons, rechts! Tons, rechts! Tschau! Ich hab geduldet. Nein, ich hab mich. Einen Schmankern. Einen Schmankern! Das können wir nicht sehen. Bitte, bitte, baby! Oh, schade! Oh, nervös! Der hat mich selbst gefallen. Gut spielen, gut spielen! Durchbiegen geht noch nicht. Oh! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Ausspielen! Komm, 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 komm! Ja, weiter, Roli! Hey! Hey! 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Ja, an die Wand! Ja, 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 ja! Ja, schön! Zweite! Weiter! Wow! Wow! Kost zurück! Und rein! Komm! Kost weg! Ah! Der Eier ist immer gut! Schöne mal ein Jahr! Was ist da? Wer will sein, dass der Piper ihn nicht führt? Eier! Oder Zonendreher sind auch eine feine Sache! Was gibt's denn hier? Ja, was haben wir? Ich dachte, sie ja rein versuchen! Ist das jetzt ein Service? Das ist die Wischenmannschaft? Ja, bei mir! Ja, bei mir! Nee! Nee! Das ist die Wischenmannschaft! Ja, das ist die Wischenmannschaft! Ja! Die Meister! Oh! Die Meister! 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 Ja, genau! Die Meister! Hallo! Anzeige! Kann du anzeigen? Ich hab ja noch was verbrochen! Ich hab keine Zeit, eine Notizkopf! Ja, ich nehm die Anzeige auf! Wer vielleicht nicht so aus? Ja ja... Das war nicht so! Da war... Guck, was ist denn? Tastativ! Und nur noch 3 oder guter 10 Sekunden! Hi ihih! Guck! Wie bei dem überhaupt nicht! Da war ein fettes Radiesat! Warte. Ah, verdammt! Warte, warte! Ich höre das schon nicht. Weit drauf? Hol uns so in der Halbstunde. In der Halbstunde kannst du's holen. Okay, tschau. Zweifel machen. Du bist ein stolzer Kameramann. Du bist ein stolzer Kameramann. Wir werden auch mal andere Felste kiefen. Einer auf den Helm gekriegt. Das schadet ja auch nicht. Welchejskann der Halbstunde. Bedeutung 한st, der Käse macht den Mann aus! Oh, man. Schnap, Schnap, Schnap... Guck, Schnap! Schneck und Schäuers! Guck, 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 guck! Standort! Schießt, ey! Schießt, ey! Auf, auf! So, am Ende abzupfen! Hallo! Kann ich mal kurz? Ich bin ja gar nicht in die Lippen. Hier! Nee, ich mach nur Scheiße damit. Ich hätte ihm den Ball quasi wegnehmen können. Aber ich hab's nicht getan. Ich bin mal Kumpel. Lass ihn einfach spielen. Oh! Oh! Lass ihn nicht dribbeln, ohne auf den Ball zu gucken. Oh! Haha! Geil! Lauf! Lauf! Ja! Ah! Scheiße! Ah! So! Oh! 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 Wohl! Ich bin それ! Peter! Slamo! Oh, schön! Oh, schön! Schön gefangen. Drei, acht, neun! Moni Waller! Schön! Ja! Marco Dallmeier haben noch die Guterbeiderweilen. Wir haben uns reingemacht. Die Stimme hat. Zieh in die Puchse! Mogwanzig, ja? Hallo! Ja, hab ich doch! Ah! Ah! Das macht das wieder spannend. Boah, sauber. Ja, der da stopfen müssen eigentlich. Ja, da muss es krachen, ganz gut. Halbzeit Show. Wie ist das denn im Auftritt? Ja, das macht das. Das wäre jetzt so eine Kategorie. Genau, genau, genau. So umgedreht. Lass ihn fliegen. Jawoll! Oh, schön! Das ist das Wettbewerb. Ja, wunderbar. Das ist das Wettbewerb. Das ist der Wettbewerb. Das kann ich immer noch nirgeln, Mann. Da müssen wir dran arbeiten. Was kann man noch nicht immer noch nirgeln? Ja, wird er auch nie können. Ja, zu einfach. Geh die Wand auf. Der Schiff geht weg, geht die Wand zu. Warum guckst du? Die lege ich auf einmal allein. Jetzt kommen die Zuschauer ins Spiel. Der nächste Mann ist da. Jetzt kommen die Zuschauer ins Spiel. Der ist raus. Der ist raus. Der ist raus. Der ist raus. Der kann ich noch mal rein. Der ist raus. 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 Billy Hoyle. Jetzt kommt Billy Hoyle. Der ist raus. Der ist raus. Der ist raus. Schrittfehler. Ein, ein, ein. Und den Rest kommt sicher. Und die ist raus. 3, 2, 1 ... Jetzt arbeiten sie mit allen Tricks. Wer war das? Wie lange ist das? 5 Sekunden? 5, 4, 3, 2, 1 ... Ja! 2, 3, 1 ...